und Leute herzlich willkommen zu einem Video auf Rekordi mit dem chris und ihr seht es super mario maker der liebe admiral Auf youtube glaube ich irgendwas mit star Keine ahnung kann ich ja noch meine beschreibung verlinken hat mehr liebes level gebaut Was heißt liebe es heißt super mario hardcore irgendwas und ja Es hat noch niemand dieses level jemals geschafft sieht man ja da unten 0 pro abflussrate und ja Ja ich werde es einfach mal spielen und Ja ich habe angst ich drücke jetzt einfach mal spielen ich habe ewig kein Level mehr gespielt und auch ewig kein video mehr gedreht Und ich habe schon okay ich glaube ich habe schon verkackt Junge alter Ach du scheiße ich glaube das wird nichts Ey ich habe so lange kein mario mehr gespielt und dann gleich so ein level Ich hätte vielleicht irgendwie ein level erstmal zum einspielen spielen sollen Aber Er gönnt sich hier gleich erstmal So Bitte Oh gut Jetzt nicht verkacken Oh Ja geschafft Okay Gut Ich weiß nicht ob ich den Cooper da unten mitnehmen Juuu Alter als ob ey Hä Das Ding fährt doch gar nicht so weit Wie soll man das schaffen Können wir gerne Level schicken Wenn ich die spielen soll von euch Alter Was ist denn mit dir falsch man So Ich glaube das war gut Bin mir nicht sicher Alter ich war schon an der An dem Pixel da Aber nein Was ist hier eigentlich an der Seite What Du hast ne Tür Was macht die What the fuck Ich geh einfach mal in die Tür Ey das ist einfach nur ein Troll ey Jetzt komm ich hier nicht mehr raus What the fuck Okay ich muss das Level neu starten Alles klar So jetzt Ich glaube man braucht den Pilz sogar Um da oben mit der Kanone hoch zu kommen Alter was ist mit dir falsch Junge Oh das war zu schnell Ich muss die Kanone gucken und erst fliegen lassen Sonst schafft man das nicht Bin ich dumm Ich muss noch springen Alter Und nochmal So hoffentlich Ich glaube das war zu früh Alter Ey was ist mit dir falsch Junge Das war wieder zu früh 100%ig war das zu früh Ich weiß nicht was man mit dem Kuba machen soll Scheiße ich hab's verkackt Ich hab's verkackt Ich hab den Pilz nicht mehr Man kann da so rum springen Ohne die Kanone Das war so knapp Aber ich glaube man kann auch ohne die Kanone rum springen Wenn man den Pilz hat Nein Ge Wichser alter Man kann es trotzdem noch schaffen Na scheiß drauf Fuck Ey ich What the fuck Ich hab ein Black Screen Holy shit Was war das Ich weiß jetzt nicht ob das auf der Aufnahme auch so war Ich hoffe nicht Nein Ich bin gegen diesen scheiß Stachel geflogen Alter es ist so fucking eng Nein die sind noch da Was ist hier Was ist hier was kann ich ihm Ey du kleiner Wichser Was ist das Warum wird es immer schwarz Ich hab ein Black Screen Aber ihr seht glaube ich kein Black Screen Holy shit Ey du bist so Ja Das war's denn mit mir Ja man kann nicht zurück Ey du bist so So Mies ne So Easy Easy So Easy Versuch jetzt da so hoch zu kommen Man schafft das nicht Es ist unmöglich Warum schafft man das Wenn man klein ist Aber nicht wenn man groß ist Oh Hoi 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 Ich weiß nicht ob ich da reingehen soll Ich weiß nicht ob das richtig ist Boah bist du krass Ich glaube das ist nur um den zu resetten Den Okay jetzt ist nur um Was Ey was soll man denn da machen Muss man die Hier muss die Kanonenkugel abwarten Jetzt Ich glaube das ist gut Ist klar du Ey Was geht mit dir denn ab Man muss auf die Kanonenkugel warten Dann muss man auf diesen Cooper Ey du bist doch krank im Kopf Ey du bist echt krank im Kopf Anstatt hier mal ein Checkpoint hinzumachen oder so ne Ich muss doch mal die Kanonenkugel abwarten Es Das ist nicht möglich Ganz ehrlich Yes Endlich mal wieder geschafft So nach drei Stunden Die Kanonenkugel fliegt so scheiße Keine Chance Es fliegt wieder eine Okay das kann gut sein Könnte gut sein Jetzt springen Oh ja Oh Ja Oh 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 wie Wie sollen wir das schaffen Wie sollen wir das schaffen Bitte bitte Jetzt nicht verkacken Das ist eine Flagge Bitte bitte Diese Blumen die regen mich auf Ich habe die Flagge bekommen Ich habe die Flagge bekommen Leute Ich habe die Flagge Das heißt Es ist schon nicht mehr Das hier ist nicht mehr so weit Ich hoffe es zumindest Was Als ob ey Das ist mit dir falsch Junge Ich glaube man die Flagge hat Okay man muss doch richtig Spät abspringen Bitte Dann kommt ein Pilz Okay hier ist wahrscheinlich wieder ein Troll drin Ja war klar Warum habe ich es überhaupt gedrückt Ich weiß nicht ob man da reingehen soll Okay man kann rein auf jeden Fall Was geht denn jetzt ab Alter Jo Er übertreibt gleich Hä Warum wurde ich gerade von Hä Was ist gerade passiert Ich habe keine Ahnung was gerade passiert ist Bin einfach gefallen Obwohl ich Oh Aber den Pilz nehme ich gerne mit Aber das sieht nicht so schwierig aus finde ich Wenn man hier lackert Wird man auch nicht getroffen Okay man kann gar nicht hier unter Okay kann man doch Okay Jetzt kann ich mich sogar einmal treffen Oh fuck Alter Jetzt wäre ich fast noch in die Stacheln gerannt Ja ich fall einfach mal runter random Okay nice Wie jetzt Ist das mir überhaupt nichts gebracht Das bringt mir nur eine Blume ein Okay Oh man das habe ich die ganze Zeit gemacht um eine Blume zu bekommen Alles klar Okay wenn es ist kann ich hier schon mal alles killen Ich glaube ich jump jetzt einfach wenn die Kugeln weg sind einfach durch Ich weiß nicht ob das richtig ist Okay man wird einfach nur da rein getrollt Okay man muss da oben drauf springen um da hin zu kommen Und das ist einfach nur zu resetten wieder okay Dann weiß ich Bescheid Man muss auf den Cooper springen um da oben hoch zu kommen Dann muss man da hin kommen Dann kann man hier hin irgendwie Ich habe keine Ahnung Alter ich schaffe hier gerade alles Okay Das ist irgendwie ein Bock Irgendwie ist es auf meinem Bildschirm verschwunden Aber auf dem PC sehe ich das Irgendwie habe ich eine falsche Resolution Okay für einen Pilz hat es das irgendwie jetzt nicht gebraucht So ein extra Leben Extra Leben sage ich schon So ein extra Pilz Nein Ey das ist nicht dein Ernst Wie soll man das in einem Sprung schaffen Okay ich hätte auch eigentlich gleich sofort springen können Nein Mann ey bis dahin hat es aber noch keiner geschafft glaube ich Ja war durch die Tür Instant hoch springen Das klappt tatsächlich Einfach sofort los rennen Oh jetzt habe ich es verkackt glaube ich Ne jetzt gehen sie gerade hoch Jetzt gehen sie gerade hoch Jetzt gehen sie gerade hoch Jetzt geht sie gerade hoch Yes Mega geil Mega geil die Flagge haben wir Die Flagge haben wir safe Was ist jetzt los Was geht hier jetzt ab Ich wasche einfach durch Ich wasche einfach durch Okay Oh nein jetzt kommt so eine Scheiße Bitte schneller Bitte schneller Bitte schneller Nein Ich habe einen Pilz Ich habe einen Pilz Ich habe einen Pilz Oh man braucht es auch noch einen Pi-Switch Nein ich habe einen weggehört Ich weiß nicht ob ich den Ich brauchte den Wie soll ich den Pi-Switch auf den Ding aktivieren Scheiß drauf Ey das muss man ohne Pilz schaffen Ohne Pilz Was ist mit dir falsch Oh 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 Ey das ist nicht möglich Das ist nicht möglich Ey Ich weiß nicht wann ich da drauf springen soll Aber nicht Das war schon wieder falsch Ich werde schon Man wird inseln von der Kettensäge getroffen Ey das ist sonst Es geht nicht Sobald man auf das Ding drauf geht Kommen die Kettensäge nach unten Man muss einmal getroffen werden Okay jetzt Doch Wenn sie gerade hoch geht Ich glaube das war richtig Ja jetzt geht sie gerade hoch Perfekt So war gut Okay man kann es schaffen Man muss halt nur das mit den Dingen teilen Ich weiß nicht ob das schon gut war Das war gut Das war gut das zu aktivieren Oder ist das so ganz Fuck ich bin hängen geblieben Nein Es war so knapp Oh das wäre richtig skillhaft gewesen Hätte ich das geschafft Ich bin zu früh aufgegangen Oder 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 Nein Es war gut Es war gut Fuck Fuck das Ich bin zu langsam Ich bin zu viel zu langsam Ich habe den nächsten aktiviert Das ist das Ziel Ich habe es geschafft Leute Wow Yes alter Ich habe dich gefickt Oh yes Oh yes Oh mein Gott Ich bin zu happy alter Alter Kurz zu lang habe ich nicht aufgegeben Weil da war doch schon das Ziel Tja Lieber Admiral Ich bin der erste der es geschafft hat Innerhalb von 7 Minuten und 3,50 Sekunden Ja ich würde sagen Ein Sternchen ist es auf jeden Fall wert Auch wenn es mich richtig Hat an Heil genommen hat Und ja Ja ich würde sagen Danke fürs Einsenden des Levels Und ähm Ich wollte die ID nochmal zeigen Kann man das nochmal machen Und zwar da Falls ihr das Level selber spielen wollt Da ist die ID Und ja ich würde sagen Das war es mit dem ersten Part Ihr könnt mir gerne eure Level einschicken Falls ich euer Level spielen soll Und ja Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Part Super Mario Maker Bis dann Tschau Leute